Hey Leute, hier ist euer Hans Wurscht und wir spielen Happy Wheels. Wieder heute ein paar Browser Level, aber heute machen wir es nicht so lustig, wir machen mal Anytime wieder. Und Rating. Also heißt es, wir spielen jetzt die besten Level der besten. Was haben wir denn hier? Die Machete. Das kriegen wir hin, Machete, das hört sich gut an. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, wie schreit man das Ding? Up and down. Justin Bieber! Du kleine Nuttel. Mal ein bisschen Sound anmachen. Jetzt vorauf da. Bats Junge! Aber voll auf die Kanone. Kürbis! Wer will Kürbissuppe? Wer will Kürbissuppe? Jetzt hol hoch den Arm. Wir warten jetzt bis einer kommt. Weg mit dir. Weg. Nein! Jetzt funktioniert der nicht mehr. Ding, 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 ding. Du müsstest mal so hier halten ungefähr. Wer da reinkommt, stirbt. Superman ist kacke! Da kommt die Mediamarkt-Sammlung. Weg mit dir! Ich hab das nicht bestellt. Ich hab das nicht bestellt. Ich hau dir auf die Ommel drauf. Das hab ich auch nicht bestellt. Mediamarkt-Mitarbeiter. Geh weg! Rubbish, collect. Ja! Hab ich jetzt geschafft? Ja! Wo wir tot sind. Hammer geil. So, nächstes Spiel. Epic Glassbreaker. Extra-Mission. Die machen wir zum Schluss. Easy! Das war auch easy. Easy! Easy! Ist doch einfach. Komm! Das war auch noch einfach. Ging noch. Halder! Das war halt das easy, 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 äh, schwerer. Jetzt geh weg! Mach auf! Das ist doch nochmal, Mann. Mach auf den Scheiß! So, auf! Hopp! Ja, halt die Fresse da hinten. Jetzt reiß ich eigentlich nicht die Nüsse ab. Weg! 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 Noch mal kleinen Schützlippel! Und Sperrwurf! Was ist das ja nicht für ein Buch? Dinger! Oh, Pfandflaschen! Sollen wir die kaputt machen? Ich meine, herausfordernd ist ja nicht. Timmy! Sollen wir die Pfandflaschen? Die brauchen wir noch. Da machen wir wild Abendrücken hinter dem Aldi neben. Das läuft. Oh, das ist nicht so schön. Egal, fahren wir unten da. Cheater! Haha! Glasvoll! Hat den Scheiß! Das ist... Na toll. Das ist doch nichts anderes als Anlauf nehmen, Leute. So, Timmy, du bleibst jetzt mal hier. Du bleibst jetzt mal schön da. Und achten wir auf, dass die Flaschen sich hinterher kommen. 72 Sekunden über Rekord. Pipe my ride, ja? Die Sendung kenne ich. Happyville Autoshop. Ja, passt schon. Was ist das? Was ist das für eine Kader? Ja, hier auf jeden Fall für ein Pussy-Auto. Mach auf. So. Rechts. Mit Windows. Ja, ganz normaler, Alter. So, weiter. Natürlich die Dinger hier. Wait a while, we get your ride ready. My... 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 Jumping, please. Yo! Es kann man so much fun. Fickel in Moke, Alter. Tadadadad Tadadadad. Tadadadadadadadad. Nice. It's completely ich' connected. Nice, 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 nice. But it went so quickly. GERNE kill Justin Bieber! Time to play Happy Wheels! Wheel Naked Glitch. Awesome. Dang. Ich hasse dich! Du hässlich! Destroying JB like a boss! Alter, wer hatten immer diese kranken Ideen, man! Glitchmakers, kill all the Glitchmakers! Hehe, get out of the box by rating 5 stars! Ich will keine 5 Sterne! Vote! Vote! Get past the wall by rating... Wait 5! Nein! Stop this! Stop this! Oh yeah, rate 5 and restart for a lot of fun! Nein, ich will kein Spaß! Ich will nur spielen! And here is a kill Them all of all the people that fall for the glitches in rate 5! Ihr habt alle rate 5 gemacht! Seid ihr schwul oder was? Geht weg! Lernt doch mal, dass die Scheiße nicht funktionieren kann! Ihr dummen... Hässlichen... Rate 5? Mann, ihr seid kacke! Alle die Rate 5 machen! Die müssen eingesperrt werden, alter! So, Rate 5! Ne, nicht schon wieder Glassbreak! Geht aus dem Bieber! Da bin ich auch noch zweites Mal dabei! Slow! Baby! Baby! Verreckt, du! Lass dich, Alter! So! Und wie kommt mir das Ding nicht zu nah? Oh, da hat er jetzt zutscht den Green Square! Oh, da hat er jetzt zutscht den Green Square! Und kill him again! Und kill him again! Noch mal gerne! Ein Freund! Noch mal sehr gerne! Jetzt weg! Bats, Junge! Und lass auf! BAM! Ich hab euch tot gemacht! Ihr seid doof! Tortur Chamber! Was ist das? Willkommen zu... Tortur Chamber! Oh, ha, ha, ha! Was ist das denn jetzt? Nutcracker! Das ist, das ist dein Nachbar! Er spielt immer seine Musik so laut wie es geht! Das ist ein guter Moment, um Rache auszuüben! Klar, machen wir! Da war's wieder! Ich reiß dir eigenhändig die Nüsse ab! Plastik Tortur! This guy immersed his porous dick in your daughter! Achso, der hat also die Schwester... Ne... Daughter? Nein, Tochter flachgelegt! Now it's your turn! Nun, es ist meine Runde, ihn Schmerzen zuzuführen! Ja, Mann! Du verrückst! Du Pinner, mach schneller jetzt! Der soll verrecken! Das hat er nur einmal gemacht! Ja, Mann! Ja, Mann! Freck, du Pinner! Side-Effect! This little shit farted and blamed it on you! Ich glaub, das heißt, er hat gefurzelt und hat mich damit blamiert! Fässlicher! Du, furzt nicht mehr in dieser Gegend! Exploded! Exploded T3! This is someone who tried to steal your life! Er hat mein Leben geklaut! Warte! Achso, er hat mein Leben kopiert! Penner! Weg da! Traum ein Kilo! Er... Das ist ein Jäger! Er schießt Tiere wie Löwen, Tiger, Elefanten und noch viele mehr! Er macht einen... Er macht sehr viel Geld... Ähm... Wenn sie... Wenn er tötet... Wenn er diese Typen tötet... Wenn er diese Tiere tötet... Wenn er diese Typen tötet... Wenn er diese Tiere tötet... You caught her stealing! Sie hat mein Geld geklaut! Das kriegst du zurück! Du blöde Hure, ey! Was mach ich kaputt? The Box! He can't sing! Justin Bieber! Das reicht hier, um zu sterben, mein Freund! Die Welt ist hart! Ich hasse dich! Black! Raus! Ah, hier gebe ich auch 4 Sterne für! Müsste mehr Action drin sein! Ich geh mal ein bisschen nach unten hier, so... Bottle Hardcore... Ne, ich will gar nicht mal probieren... Ne, hier... Guck mal... Anora's Ball Throat... Das hört sich besser an! Echt? Oh mein Gott! You got... Raid 5 and sign your name! Nein! Schwer ist ein Raid 5! Soll ich das Level oben nochmal spielen? Äh... Ich hab mir vorgegeben, ne... Trojan Ultimate! Ignore... Avira... Antivirus... Avira... Detektivirus... Detektivirus... Disidus... 48... Virus-Typ Trojana... Ignorieren brauchen wir nicht! So ne Scheiß! Ich versuche es zu entfernen! Search in! Erstmal Laufwerk C durchsuchen! Das hat er alles lange gelegt! Scannen wir mal! Error! Okay, hier muss irgendwas sein! Critical Error! Okay, hier ist sicherlich irgendwas! Lass mich da durch! Ich hab meinen Schuhverdruck! Mein Fußverdruck! Bastard! Tane Weibo! Hm! Soll er wohl so sein! Don't jump! Beat the virus! Ihhh... Da ist er, der fett Klumpen! Break the chain! Hab ihn! Weg mit dir, du Virus, ey! Scheiß Trojaner! Schuh bleibst hier, du sicherste Gegenschuh! Enter the USB! Ich bin ein USB-Stick! Aber! Okay! Rein da! Oh mein Gott! Das ist... Der Leben eines Computer... Computer... Entschernungsprogramms? Anti-Virenprogramm? Von Pre-Race 1! Record your fastest time! Save the replay! Top 10 times! Get their names on Highscore board! Stop reading! Start racing! Genau so seh ich das aber auch! Ja man! Wissin drauf! Trotzdem springen wir! Anananananananananana! Wheelie BITCHES! Abdubdubdub! Ja man! Oh! Spät wohl keiner mehr, was? zombie die fenster sind dann kommen wir die fans wird sich sehr gut an was haben wir denn hier was macht er denn da akobatik kann ich auch was das jetzt greift diese maschine nach dem schießen einmal hier geblieben und feuer Lüg dich nicht mit mir an. Wenn rein, komm. Dein Leck interessiert mich nicht. Ich hab auch einen Leck. Und tschüss. Und tschüss. Weg mit dir. Juhu. Mein Blatt. Batz. Wie sollt ihr mich erreichen, wenn ich immer so hier hänge? Ding. Hey, hey, hey. Ich hänge mich auf. Nein, nein. Ich hänge mit dir auf. Weg. Geh mir aus dem Weg, du Bitch. Ich hasse dich. Cannon, Feuer. Verreck. Headshot. Boom. Headshot. Batz. Feuer. Die Typen hinten gibt mir ein bisschen Feuer. Beep. 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 Alter, man hat wieder weggefasst. Was da ist jetzt? Lama, scheiß. Das war ja immer dasselbe. Ich kann fliegen. Arschbombe. Pazifik-like. Scheiß, blech. Ich wach schon. Nochmal. Schöne Flugzeug bleiben. Frau, halb mich fest. Du siehst aber gut aus. Bist du öfter hier? Hallo. Du hast nichts rein. Ich bin ja hier. Hallo. Warte mal, der Sitz hat mich gerade ein bisschen weggehauen. Ich bleib bei dir. Warum blutest du? Hoffen, mein Gesicht zu bluten. Geh weg. Warte, lady, schuldig hier raus. Komm. Mit. Komm. Mit. Komm mit. Komm jetzt, du blöde Tote. Komm jetzt. Hm. Du kamst mir irgendwie groß davor. I believe I can fly. Schon wieder? Das ist Part 1. Sie sind ein Part 2, Bitches. Mein Gott, was ist das für ein Schrad hier? Was haben wir hier noch? Longest Spike Folie. Ne, ne? Bermix Street. Hätte sich auch noch gut an. Bermix Bad. Bermix Street. Okay. Open. Sehr schön. Das ist offen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ach so. Ja, das ist natürlich schon easy. Uh, Willy. Willy auf der Stange. Und erstmal Stoppie. Ja, hier. Und. Double der Backflip. Und so. Mach einfach weiter Backflips. Ist das fast schon. Shark. Ja, egal. Waho. Scheiße. Wofre. Welcome to Jackass Bitches. Was ist das für ein Ding? Und rüber. Legal, aber alle Lobby, wo man ist. Jo, erstmal Willy und ab. Jetzt erstmal ein bisschen. Hier tricksen. Nein, nicht. Nicht schon wie. Mist. Mist. Okay. Nächstes. Epic. Erotime. Einfach sich bewegen, sind die Beine, Mensch. Ach nee. Ach nee. Nö. Nö, ach du Pfeile hier. Nö. Wir warten jetzt mal auf der nächste. Von hier warten wir jetzt mal. Nicht ich. Der da. Nicht ich. Aua. Hallo. Ich treffe ihn nicht mich. Ihn. Nicht mich. Timmy, bleib hier. Aber genau, damit ihn. Was soll das? Aua. 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 Da ist so viel Pfeile im Arsch. Aber. Wäre schön sein, man muss leiden. Ich geh halt nämlich heute auf eine Kostümparty. Und da trete ich nämlich heute als Igel auf. Das ist nämlich so sehr schön. Wuuu. Boah. Ja, so. Das ist die richtige Schönheit, du. Ich denke mal, was. Hier meine Eier. Geht weg. Nein, ich bin nicht. Guck mal. Wow, Leute. Ein Pfeil im Hals. Das ist Halloween Party. Au, jetzt habe ich drei Pfeile im Hals. Jetzt reicht es auch für drei. Ach, nee. Nicht gut. Fahr weiter. Da hoch. Da hoch. Fahr. Haps. Ja. Mr. Z. What? I'm bringing out the big guns. Du bist lang. Okay, Justin Bieber ist gut. Bleib hier. Wo ist der? Jetzt aber. Medium. Scheiße. Wo geht es denn hier lang? Oh, voll auf die Klüppel, ey. Ja, jetzt ab, Junge. Alter, ich muss mich waschen, wenn man da durchkommt. Klein machen und hoffen, dass man durchkommt. Alter. Am Arsch. Nein. Ich bin hier durch. Ich bin hier durch. Ist nochmal steif wie ein Brett. slow motion gefällt mir was ist denn das ich kann wirklich schnell wenn ich das will post mal auf ich habe mich am boden festhalten dann abzudrücken das ist extra mauschen die lügen mich alle an die klasse siegen verstehe ich nicht in der spiel des wald mit dir mit einem komischen knücheln pizza hier weg ich steh'n da so viele türen weg mit dir ach das ist doch ein scheiß ich will nicht mit langweiligen levels lernt mir ich bin im wassermelone das machen wir noch ich drücke eigentlich gar nichts ich drücke wirklich gar nichts jetzt musste ich was drücken habe ich aber nicht jetzt drücke ich wieder so ich hoffe auch der part 2 hat euch gefallen und wir sehen jetzt auch das nächste mal wieder und wir sehen uns auch das nächste mal wieder wenn es wieder heißt happy wheels oder anderes game mit euren zuerst tschüss leute haut raus